Grüezi und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Leisner von der Linderrenn Meda AG. Heute möchte ich gerne eines von unseren Produkten vorstellen. Und zwar handelt es sich um den Profi-Matratzenreiniger Matt O'Clean. Weil Sie Ihre Matratzen ja nicht selber waschen können, empfehlen wir Ihnen den Profi-Matratzenreiniger. Er vernichtet Milben und Gerüche schnell und gründlich. Das bedeutet auch eine hygienische Tiefe-Reinigung. Empfohlen ist er speziell auch bei einer Hausstaub-Allergie. Darum wird er auch in Spitälern, Pflegeheimen und Hotels benutzt. Die Anwendung ist ganz einfach. Sie saugen die Matratzen zuerst gründlich mit dem Staubsauger, absaugen, tun Sie sie nachher einsprayen, einwirken und trocknen lassen und schon ist Ihre Matratze sauber. Der Linderrenn Mat O'Clean eignet sich auch für alle Arten von Matratzenen, aber auch für Polstermöbel, Vorhänge, Teppiche und Textilien aller Art. Einzig bei Läder, Holz oder Plastik sollten Sie ihn nicht anwenden. Die 1 Liter Sprühflasche reicht für ca. 18 Anwendungen und hält darum 12 bis 18 Monate. Hergestellt ist der Spray ohne Chlor und Formaldehyd und ist darum zu 98% auch wieder biologisch abbaubar. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie wieder mal zuschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Gesundheit. Auf Wiedersehen!